Die Liebherr Werk Ehingen GmbH, Weltmarktführer bei Mobilkranen, hat in Zusammenarbeit mit der Bundeswehr das geschützte Berge-Kranfahrzeug G-BKF entwickelt. Die Vielseitigkeit dieses neuen Kranfahrzeuges ist beeindruckend. Die Sicherheit der Besatzung steht bei diesem Fahrzeug an oberster Stelle. Liebherr arbeitet hier mit der Rheinmetall Defense zusammen, einem führenden Systemhaus für Heerestechnik. Das geschützte Fahrerhaus wird in einer zweischichtigen Stahl-Schott-Bauweise realisiert. Die Verglasung bietet ebenfalls hohen Schutz und erfüllt die Sichtanforderungen der Straßenverkehrszulassung. Eine Funk- und Führungsausstattung ist integriert, ebenso wie eine ABC-Schutzbelüftungsanlage. Kran- und Fahrerkabine wurden nach NATO-Norm qualifiziert. Das Berge-Kranfahrzeug basiert auf einem vieraktigen, bewährten und seriennahen All-Terrain-Kranfahrgestell. Großvolumige Einzelbereifung, Allradlenkung und Allradantrieb sorgen für ausgezeichnete Geländegängigkeit, besondere Wendigkeit und hohe Steigfähigkeit. Für Liebherr Mobilkrane ist das seit langem Standard. Für hohe Leistung sorgt ihr Sechszylinder-Liebherr-Turbodieselmotor. In Verbindung mit einem automatisierten ZF-Getriebe mit Drehmomentwandler. Es stehen zwölf Vorwärts- und zwei Rückwärtsgänge zur Verfügung. Die Schaltung der Längssperren und die Zuschaltung der Vorderachsen erfolgt automatisch während der Fahrt. Die geschwindigkeitsabhängige Hinterachslenkung bietet eine gute Spurstabilität bei hohen Geschwindigkeiten und enge Wenderradien beim Manövrieren. In extremem Gelände sind die Quersperren im Stand manuell zuschaltbar. Mehrere Lenkprogramme stehen zur Verfügung. Zum Beispiel die Allradlenkung. Mit ihr können mit einem Kleinwagen vergleichbare Wenderadien erreicht werden. Der Hundegang bietet deutliche Praxisvorteile durch diagonales Verfahren. Präzises Fahren und Rangieren unter erschwerten Bedingungen wird so ermöglicht. Die Nivomatik, die hydropneumatische Federung von Liebherr, bietet weitere Vorteile. Zum Beispiel verbessertes Fahrverhalten an Hängen, reduzierte Durchfahrtshöhe und verbesserte Bodenfreiheit. Der Bergekran G BKF ist zum Bergen und Abschleppen vielfältiger Fahrzeugtypen geeignet. Dazu führt er umfangreiche Hilfs- und Anschlagmittel mit an Bord. Effizientes Arbeiten bietet eine Funkfernsteuerung. Mit ihr können alle Steuerungsfunktionen des Krans, der beiden Bergewinden sowie des Hubarms bedient werden. Bei Bedarf ist die Bedienung aber auch aus der geschützten Krankabine heraus möglich. Für den sicheren Stand beim Bergen sorgen zwei Bergestützen. Am Heck des Fahrzeuges befinden sich zwei Rotzler Spillwinden mit 80 und 200 Kilo Newton Zugkraft. Durch die Verwendung von Umlenkrollen kann die Zugkraft verdoppelt werden. Hublasten bis 16 Tonnen können mit Hilfe des Empelunterfahrliftes aufgenommen und abgeschleppt werden. Diverse Starnak-Adapter sind im Zubehör vorhanden. Der Drehmomentwandler ermöglicht verschleißfreies Anfahren auch mit hoher Last. Die Fahreigenschaften sind auch beim Abschleppen hervorragend. Abschleppen mittels Achs-Adapter oder wie hier mit Hilfe einer Hubbrille ist ebenfalls möglich. Der Liebherr Bergekran G BKF ist mit einem 20,9 Meter langem Teleskopausleger ausgerüstet. Anschlagmittel wie Ketten oder Spreizstreben sind an Bord. Lasten bis zu einem Gewicht von 20 Tonnen können schnell und präzise umgesetzt werden. Das Verfahren mit Last ist natürlich auch möglich. Großdimensionierte Staukästen sind nur ein Beispiel für die durchdachten Lösungen, wie sie für Liebherr typisch sind. Der Bergekran G BKF ist mit der von Liebherr entwickelten innovativen variablen Abstützbasis VarioBase ausgestattet. Die Schiebeholme können völlig flexibel ausgefahren werden. Die Kranarbeit wird dabei von der tausendfach bewährten Likon-Steuerung überwacht. Der Bergekran verfügt über eine halbautomatische Reifendruckregelanlage. Durch Absenken des Luftdrucks wird die Reifenaufstandsfläche vergrößert und dadurch die Traktion wesentlich verbessert. Ein wichtiges Feature gerade für die Arbeit in extremem Gelände. Darüber hinaus kann sich der Kran sogar selbst bergen. Der geschützte Bergekran G BKF ist in der Lage, vielfältige zivile und militärische Fahrzeuge sicher zu bergen und abzuschleppen. Dabei greift Liebherr trotz der geforderten anspruchsvollen Spezifikationen auf handelsübliche Komponenten zurück. Ergänzt um Ausrüstungen wie ergonomisch montierbare Anhängerkupplung, Rückfahrmonitor oder auch verschiedene Tarnlichtfunktionen mit modernster Infrarottechnik. Und last but not least, die Bereifung bietet aufgrund ihres besonderen Aufbaus Notlaufeigenschaften. Handelsübliche Komponenten bedeuten Vorteile für die Ersatzteillogistik. Auch in der Kranbedienung gibt es keine Unterschiede zu den Serienkranen der weltweit erfolgreichen Liebherr Mobilkranbaureihe. Das senkt den Schulungsaufwand. Der Liebherr Bergekran ist in dieser Ausstattung vielseitig und flexibel einsetzbar. Hubarbeiten sind in der Logistik täglich gefragt und Bergearbeiten sind immer eine Herausforderung für Mensch und Technik. Dafür das bestmögliche, leistungsstarke Equipment bereitzustellen, zudem robust und wirtschaftlich, das zeichnet den Liebherr Bergekran eBKF aus. Liebherr Mobilkrane. Erfolgreich auf allen Kontinenten. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 WDR MIG im Auftrag des WDR WDR w Radiarsch WDR WDR Vielen Dank.